Hallo und herzlich willkommen bei Frauchen gesucht im Tierheim Gießen. Ich möchte Ihnen heute Daki und Fanny vorstellen. Zwei Mischlingshunde, die wir aus einem rumänischen Tierheim, das aufgelöst wurde, aufgenommen haben. Sie sind circa fünf Jahre alt und noch sehr, sehr ängstlich. Viele rumänischen Hunde zeigen dieses Verhalten und es wird dauern, bis sie Vertrauen zu Menschen aufgenommen haben. Heute habe ich das erste Mal beobachten dürfen, wie Daki sich hat von Anna Lange, unserer Hundebegleiterin, ja schon fast anfassen lassen. Ganz toll. Aber natürlich sind das keine Stadthunde und natürlich brauchen sie viel, viel Zeit. Wir suchen auf diesem Wege Leute, die Platz haben, ein eingezäuntes Grundstück und die Zeit und Lust haben, sich mit diesen sehr ängstlichen Hunden zu befassen. Man darf halt keine hohen Erwartungen haben und muss sich über alles freuen, über jeden Fortschritt, den diese beiden machen. Schaut man sie sich genäher an, so sieht man doch, dass sie beide sehr unterschiedlich reagieren. Während Daki mehr apathisch reagiert, zeigt Fanny durch ihr Bellen auch ihre Ängstlichkeit, aber eben auf ganz andere Artenweise. Beiden ist aber gemein, dass sie mit Menschen nur schlechte und auch wenig Erfahrung gemacht haben. Es würde mich sehr freuen, wenn wir auf diesem Wege einen Tierfreund finden würden, der auf dem Land lebt und viel Platz zu Hause hat und ein eingezäuntes Grundstück und es sich zur Aufgabe macht, diese beiden Hunde zu sozialisieren und ihnen noch ein schönes Leben zu bereiten. Rufen Sie uns an, schicken Sie uns eine Mail oder schauen Sie doch einfach mal bei uns im Tierheim herein. Ich würde mich sehr freuen. Mittwoch, Freitag und Samstag haben wir zwischen 15 und 18 Uhr geöffnet. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.